Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass österreichweit das Rappen auf Bahnhöfen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis. Dear passengers, smoking is not permitted at Austrian railway stations. Thank you for your understanding. Bahnsteig 2, 10 bis F. Railjet 536 nach Wien Hauptbahnhof fährt ein. The First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Attention please. Railjet 536 to Wien Hauptbahnhof is arriving at Platform 2C2F. The First Class and the Business Class are located in Sektor C. Liebe Fahrgäste, wir waren für Sie. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Bahnantrieb, ob Ihre Strecke betroffen ist. Bahnsteig 4D, S850 nach Wien Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug fährt weiter nach Wien Hauptbahnhof. Bahnsteig 4D, S850 nach Wien Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug endet hier. Bahnsteig 5, 10 bis E. Railjet 653 nach Wien Hauptbahnhof fährt ein. The First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Attention please. Railjet 652 to Wien Hauptbahnhof is arriving at Platform 5C2F. The First Class and the Business Class are located in Sektor C. Bahnsteig 2C bis F. Railjet 656 nach Flughafen Wien über Wien Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Attention please. Railjet 656 to Vienna International Airport via Wien Hauptbahnhof is arriving at Platform 2C2F. The First Class and the Business Class are located in Sektor C. Bahnsteig 1D bis F. Railjet 133 nach Wien Hauptbahnhof über Wien Hauptbahnhof, Klagenfurt Hauptbahnhof und Wien Hauptbahnhof fährt ein. The First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. Attention please. Railjet 133 to Venetia Santa Lucia via Wien Hauptbahnhof, Klagenfurt Hauptbahnhof und Villach Hauptbahnhof is arriving at Platform 1D2F. The First Class and the Business Class are located in Sektor D. A621F. Liebe Fahrliste, bitte beachten Sie, dass wösterreichweit das Radon auf Bahnhofen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Veständnis. Beat Peel gauntes. Smoggy is not for a bit in the postwar Bailhanteor session. Thank you for your understanding. The Most Class and the Business Classaffe Bahnsteig 2C bis F. Railjet 132 nach Wien Hauptbahnhof fährt ein. Die 1st Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Attention, please. Railjet 132 to Wien Hauptbahnhof is arriving at Platform 2COM. The 1st Class and the Business Class are located in Sektor C. Liebe Fahrliste, wir bauen für Sie. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vom Wartantritt, ob Ihre Strecke betroffen ist. Alle Informationen für S1 von Graz Hauptbahnhof ankommt, Zeit 15.51 Uhr. Dieser Zug kommt voraussichtlich bis 6 Minuten später. Attention, please. S1 von Graz Hauptbahnhof, scheduled arrival time 15.51 Uhr, will be approximately 5-10 Minuten später. und das sind die 3 Minuten später. Schöne. 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 Der Agency hat überfühlt die Säden von Graz Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass Österreich-Wald das Raufen auf Bahnhöfen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis. Bill Passengers, Smoking is not permitted at Austrian Railway Stations. Thank you for your understanding. Bahnsteig 2C bis F. Railjet 750 nach Flughafen Wien über Wien Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor C. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass Österreich-Wald das Raufen auf Bahnhöfen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis. Bill Passengers, Smoking is not permitted at Austrian Railway Stations. Thank you for your understanding. Bahnsteig 1C bis F. Railjet 539 nach Lienz über Leoben Hauptbahnhof, Klagenfurt Hauptbahnhof und Villach Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. Attention, please. Railjet 539 nach Lienz über Leoben Hauptbahnhof, Klagenfurt Hauptbahnhof und Villach Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. Bahnsteig 2D, S8 nach Leoben Hauptbahnhof fährt ein. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass Österreich-Wald das Raufen auf Bahnhöfen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis. Dear Passengers, Smoking is not permitted at Austrian Railway Stations. Thank you for your understanding. Eine Information zu S1 nach Graz Hauptbahnhof, Abfahrtszeit 16.38 Uhr. Für diesen Zug fährt zwischen Brug an der Mur und Frontleiten ein Schienenersatzverkehr. Attention, please. S1 zu Graz Hauptbahnhof, Scheduled Departure Time 16.38 Uhr. will be replaced by bus service today. Eine Information zu S1 nach Graz Hauptbahnhof, Abfahrtszeit 16.38 Uhr. Für diesen Zug fährt zwischen Brug an der Mur und Frontleiten ein Schienenersatzverkehr. Attention, please. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass Österreich-Wald das Raufen auf Bahnhöfen nicht gestattet ist. Wir danken für Ihr Verständnis. Dear Passengers, Smoking is not permitted at Austrian Railway Stations. Thank you for your understanding. Bahnsteig 3D. S8 nach Friesach über Leoben Hauptbahnhof und St. Michael fährt ein. Bahnhof. Liebe Fahrgäste, wir waren für Sie. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Badantrieb, ob Ihre Strecke betroffen ist. Die G він сопft Grindszeitビr Friesach über Leoben Hauptbahnhof und StGB zuüngen. Dieser Zug wird von aller öffentliche Strecke betroffen. Neben warnen Sie ihn parallel, dass sie an den Dr. Klig haben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 The first cloud and the green cloud and the green cloud and the green cloud.